Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu einem weiteren Video in meiner Reihe 40 Tage, 40 Videos eurem Adventskalender in der interaktiven Form hier bei mir auf dem Kanal. Das Messer, das ich euch heute präsentieren darf, wurde mir zur Verfügung gestellt für diese Präsentation von der Maxi von der Altona Silberwerkstatt. Ganz ganz herzlichen Dank, liebe Maxi. Es handelt sich dabei um ein CRKT im Voxness Design. Das Messerchen kommt im Standardkarton, nichts weiter ungewöhnlich. Was vielleicht ungewöhnlich ist, ist die Tatsache, dass es sich dabei um eine Weiterentwicklung eines mittlerweile fast schon Klassikers handelt. Ich spreche natürlich vom CRKT Pilar hier in der Standardversion oder in der kleinen Version und das Messer, das ich euch heute präsentieren darf, ist das CRKT Pilar Large oder P-Large. Kann man ja auch schön zusammenfassen. Das Messer einfach in einer leicht vergrößerten Version. Die Unterschiede sind gar nicht so gewaltig. Wenn ich die Griffe hier mal nebeneinander halte, da sieht man schon, da habt ihr deutlich mehr Raum unten. Das sind wahrscheinlich etwa zwei Zentimeter. Ich habe das Gefühl, die Linie hier ist einfach etwas gerader gehalten. Bei der eigentlichen Klingenlänge ist es nur etwa ein Zentimeter, den ihr da mehr zur Verfügung habt. Aber alles in allem wirkt das Messer in der Hand deutlich erwachsener. Greift ihr lang, habt ihr einen Drei-Finger-Griff und der kleine ruht sehr bequem hier hinten und gibt dem Messerchen ein bisschen Halt. Geht ihr in den Vorgriff mit dem extrem großzügigen Finger-Choil. Ja, also großzügiger habe ich das tatsächlich bei einem Klappmesser in der Größe noch nicht erlebt. Dann habt ihr selbstverständlich einen vollen Vier-Finger-Griff auf dem etwas breiteren Klingenrücken. Habt ihr einen prima Halt und ihr könnt das Messer ganz sicher zum Arbeiten führen. Clip Tip-Down montiert. Das ist bei dem hier schon geändert. Bin kein großer Fan der Tip-Down-Trageweise, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Alles in allem ist das Pilar, egal in welcher Variante, halt ein Taschenmesserchen, das durch seine Ergonomie überzeugt. Das gilt auch für das Kleine und selbst hier kriege ich im Vorgriff alle vier Finger auf den Griff. Das Große, ja, weckt einfach noch viel mehr Vertrauen als das Kleine. Das muss man ganz klar sagen. Die Edelstahl-Griffschalen sind hier sehr stark mit Taschen versehen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Das ist bei dem Kleinen nicht der Fall. Darum wirkt das Kleine auch irgendwie ein bisschen heftiger, ein bisschen schwerer in der Hand. Ein bisschen grifflastiger, sage ich mal. Während hier das doch schon dann überraschend leicht wirkt. Nicht falsch verstehen, es ist immer noch eine Edelstahl-Konstruktion, eine Ganzstahl-Konstruktion. Das Teil ist halt immer noch relativ schwer für die Größe. Allerdings wirkt es leichter als das Kleine. Ja, meiner Meinung nach für alle Leute, die sich im Budget-Bereich bewegen oder die einfach auf das Voxness-Design stehen und wie ich einfach finanziell nicht in der Lage sind, sich die Customs in irgendeiner Form leisten zu können. Ja, für die ist das eine tolle Gelegenheit, ein Voxness-Design zu einem wirklich kleinen Preis abzugreifen. Und jetzt im Zuge dieser Aktion dann das Ganze auch nochmal mit 10% Rabatt. Natürlich lautet auch hier der Rabattcode wieder an die 1878. Dieser ist gültig für 24 Stunden nach Veröffentlichung dieses Videos. Schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zum Shop und natürlich auch nochmal den Rabattcode für euch schriftlich festgehalten. Ja, das CRKT P-Large oder Pilar-Large. Ein wirklich, wirklich taugliches EDC-Taschenmesserchen. Achtet bitte drauf. In der Version handelt es sich um einen Flipper. Das heißt Flipper und verriegelnde Klinge. Das ist natürlich nicht legal führbar in Deutschland. Fällt unter den Paragrafen 42a. Weil ich jetzt zweimal gesagt habe, EDC arbeiten und so weiter. Sei das noch erwähnt. Handelt dort einfach eigenverantwortlich und macht das mit euch selber aus, ob ihr das Messerchen dann als EDC tragen wollt. Ich würde sagen, es taugt eine ganze Menge. Die Ergonomie reißt hier jede Menge raus. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon morgen wieder. Bis dahin. Bye, bye.